Chat ist der bequemste Kontaktkanal. Für Sie wie für Ihre Kunden. Für Ihre Kunden ist Chat so praktisch, weil Sie während Ihres Einkaufs auf Ihrer Seite bleiben und direkt mit Ihnen in Kontakt treten können. Für Sie ist Chat praktisch, weil Sie mit mehreren Kunden parallel chatten können. Anders als beim Telefon beansprucht der Chat nicht Ihre alleinige volle Aufmerksamkeit. Chats sind üblicherweise kurz, simpel und nicht so formell, was Live-Chat für Kunden zum Kontaktkanal mit der geringsten Einstiegshürde macht. Mit der Live-Preview sehen Sie, was Ihr Kunde schreibt, noch bevor er seine Nachricht abgeschickt hat. So können Sie sich bereits eine Antwort auf seine Anfragen überlegen und schneller reagieren. Nutzen Sie Ihre vorgefertigten Antworten, um Ihre Geschwindigkeit bei häufig aufkommenden Fragen deutlich zu steigern. Das reduziert die Antwortzeiten im Chat und steigert die Kundenzufriedenheit. Sie kennen Ihr Unternehmen am besten. Schneidern Sie den Chat genau auf Ihre Ansprüche zu. Erstellen Sie Ihr eigenes Chatfenster, das sich perfekt in den Stil Ihrer Webseite einfügt. Laden Sie Ihre Besucher proaktiv zum Chat ein. Fragen Sie relevante Informationen vor dem Chat ab. Erhalten Sie Feedbackbewertungen nach dem Service und mehr. Wenn Sie den Chat mit mehreren Leuten bedienen, können Sie Abläufe effizienter gestalten. Organisieren Sie Ihr Team in funktionalen Gruppen, zum Beispiel nach Zuständigkeitsbereichen, und lassen Sie Ihre Kunden entscheiden, mit wem Sie chatten möchten. So erreichen Sie direkt den richtigen Ansprechpartner, bevor der Chat gestartet wird. Auch innerhalb des Chats können Sie den Chat jederzeit an einen Kollegen weiterleiten. Doch was, wenn Sie gerade nicht online sein können? Dürfen wir vorstellen? Chatbutler. Verwenden Sie unseren eigenen freundlichen Chatbot. Chatbutler begrüßt Ihre Besucher, wenn sie nicht verfügbar sind, während er Sie benachrichtigt, online zu kommen und den Chat zu übernehmen. Er gibt zu, dass er nicht der Hellste ist. Das setzt die richtigen Erwartungen beim Nutzer und beugt zweifelnd vor, ob es sich um einen Menschen oder Bot handelt. Kommen Sie nicht online, um den Chat zu übernehmen, erstellt Chatbutler stattdessen eine Nachricht, damit Sie sich bequem später per E-Mail beim Kunden melden können. Wenn Sie bereits einen eigenen, aktiven Chatbot haben, können Sie auch diesen mit Ihrer Userlike-Chat-Infrastruktur verbinden. Wenn es um die Kundenbetreuung geht, folgen Unternehmen den Vorlieben der Verbraucher. Mit unseren Messenger-Integrationen können Ihre Kunden Sie auch über Ihre liebsten Messaging-Apps erreichen. Ihr Kunde schreibt Sie über Ihre Facebook-Fanseite im Messenger an. Sie beantworten den Chat aus dem Chatpanel heraus. Hier laufen alle Ihre eingehenden Nachrichten gebündelt ein. Mit Messaging-Support ist Ihre erste Kundeninteraktion der Beginn einer langfristigen Beziehung. Live-Chat sollte sich als zusätzlicher Kontaktkanal nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügen. Wir bieten Ihnen daher eine breite Auswahl an Add-Ons wie CRM und Shop-Systemen, die Sie mit Userlike verbinden können. Erstellen Sie zum Beispiel Tickets aus Chats mit HelpScout, sammeln Sie Leads mit Pipedrive oder lassen Sie sich über neue Chats in Slack benachrichtigen. Klingt ja super. Doch was ist mit Datenschutz? Mit Userlike sind Sie, was Datenschutz und DSGVO anbelangt, auf der sicheren Seite. Durch unsere Vielzahl an Datenschutzfunktionen ermöglichen wir Ihnen die Einhaltung der DSGVO bei der Betreuung Ihrer Kunden. Alle von Userlike verarbeiteten, kundenbezogenen Informationen werden verschlüsselt gespeichert, täglich archiviert und ausschließlich auf Servern in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Aber warum nur auf unser Wort vertrauen? Ob kleiner Online-Shop, Mittelständler oder internationaler DAX-Konzern. Über 10.000 Unternehmen weltweit schaffen langfristige Kundenbeziehungen mit Userlike. Wir haben für jede Unternehmensgröße das passende Paket. Entweder gratis oder zu einem fairen Preis. Nicht nur unsere Server sind in Deutschland. Userlike ist eine echte Kölsche Jung. So steht Ihnen immer ein direkter deutschsprachiger Ansprechpartner zur Seite. Schreiben Sie uns gerne über den Chat auf unserer Webseite an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.